Meine Damen und Herren, kurze Worte zu unserem Flug. Wir servieren Ihnen einen kleinen Snack, dazu kalte Getränke sowie Kaffee und Tee. Eine Empfehlung für Ihre Sicherheit, bitte bleiben Sie während des gesamten Fluges angeschnallt. Wenn Sie Handgepäck aus den Fächern über Ihnen herausnehmen möchten, achten Sie bitte darauf, dass dabei nichts herausfällt. Ihre elektronischen Geräte dürfen Sie jetzt gerne wieder verwenden, wenn Sie diese griffbereit haben. Ansonsten warten Sie bitte bis zum Ausschalten der Anschnallzeichen. Die Funkverbindung aller elektronischen Geräte muss während des gesamten Fluges deaktiviert bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.